Und das Stück dürft euch auch geläufig sein, das hatten wir heute, das kam schon mal in einem Lied vor. Es geht um die Miss Molly und das Stück heißt Good Golly, Miss Molly. 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 That was pretty good. So, liebe Freunde, jetzt geht's weiter mit einem Stück von Mark Bowlen. Die Gruppe hieß damals T-Rex. Und es geht um heiße und ganz heiße Liebe. Hot Love. Und wir wollen Hände sehen, wie ich nicht mehr, dass er versucht, im Rhythmus mitzuklatschen. Laut, stark. Und wir wollen Hände sehen, wie ich nicht mehr, dass er versucht, im Rhythmus mitzuklatschen. Und wir wollen Hände sehen, wie ich nicht mehr, dass er versucht, im Rhythmus mitzuklatschen.